700 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Vechta beteiligen sich dieses Jahr wieder am Schulprojekt der OV und der LZO Medienprofi. Wir wollen mit diesem Projekt einer Internetrallye das Lesen fördern, das Teambuilding in den Klassen und das seriöse Recherchieren im Internet, den seriösen Umgang mit digitalen und neuen Medien. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt ein zweites Mal auch in diesem Jahr begleiten dürfen, weil wir als LZO es auch sehr wichtig finden im Zuge der zunehmenden Digitalisierung den jungen Menschen den Umgang mit den Medien näher zu bringen. Das ist auch für das spätere Berufsleben auch in unserer Branche sehr, sehr wichtig. Ich komme von der Marienschule Goldenstedt. Wir haben im vergangenen Jahr schon an dem Projekt Medienprofi teilgenommen und unsere Erfahrungen mit dem Projekt waren gut. Zum Teil war es für unsere Schüler noch ein bisschen schwierig das zu finden, aber es wurde von Mal zu Mal Runde zu Runde besser und einige der Teams haben richtig Ehrgeiz entwickelt weiter zu kommen und waren dann auch gespannt immer auf die nächsten Runden. Bei Medienprofi geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler knifflige Fragen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen beantworten. Es geht darum, sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen, diese Themen im Internet zu recherchieren mit Hilfe und mit dem Einsatz von Suchmaschinen, um dann an die richtigen Antworten auf die Fragen zu gelangen. Wir werden das Spiel in verschiedenen Runden spielen, in mehreren Runden spielen und ganz am Ende steht ein Sieger fest und dieses Siegerteam wird dann bei einer Preisverleihung im Mai 2017 geehrt.